Man von Feuer und zwei Mana, das ist doch schon mal nicht schlecht. Mana Gift Schaden erhöht, Zaubertanko erhöht. Feuerresistenz, oh jetzt hab ich das geändert. Ich mach das nochmal. Ich glaube, da ändert sich einfach gar nichts. So, machen wir hier mal den Ring. Irgendwie passiert da gar nichts mit. Pass ich mir noch auf dem Bild. Machen wir hier mal. Rückwerfen resistent. Okay, ich hab kein Glück. Glück ist auf ihrer Seite. Drei Prozent auf Schicklichkeit. Ich mach das jetzt noch ein paar Mal gerade. Mana. Einmal machen wir noch. Ich weiß nicht. Pfund Boni. So, nehmen wir das mal. Ah, okay. Das können wir nicht mehr nehmen, weil wir kein Gold mehr haben. Ja, hab ich jetzt unsere ganze Gold verpuffert. Umwandeln. Was ist denn hier umwandeln? Was kann ich hier jetzt umwandeln? Was soll das sein? Ich hab keine Ahnung. Ich hab nicht gesagt, was das sein soll. Äh. Kann ich da vielleicht Tränke umwandeln? Ja, das sieht schon nicht so aus, ne? Ups, das wollte ich nicht. Das Glück ist auf ihrer Seite. Aha. Glück ist auf ihrer Seite. Glück ist auf ihrer Seite. Ich wandel hier mal so. Das geht auch so. Glück ist auf ihrer Seite. Ich muss hier mal ein bisschen Platz machen. Da das nichts kostet. Machen wir das doch ein paar Mal. Glück ist auf ihrer Seite. Was soll das? Das geht nicht, weil da fehlt was. Okay. Muss ich mal ein bisschen sortieren gerade. So, jetzt haben wir das schon mal. Ach, wir können ja hier nochmal weitermachen, ne? Ich würde mal sagen, wir skillen mal einen in den. Weil den wir benutzen sehr oft sogar. Deswegen mache ich da noch einen mit rein. Und was haben wir hier? Oder verkauft Halsketten. Und Ringe. Was haben wir denn da? Wir haben ja so ein bisschen Geld. Also ist das gerade mal, glaube ich, egal. Wegpunktportal. Ich bin jetzt doch mal zu dieser komischen Kammer gereist. Ich habe keine Ahnung, wo wir hierher müssen. Aber. Aber ist ehrlich gesagt gerade auch mir egal. Hier sind so viele Sachen, schöne Sachen drin. In den Kisten. Ach, jetzt weiß ich wieder, wo wir sind. Alles klar. Ja, ja, okay. Gut, dann gehen wir hier gleich mal weiter runter. Und, ähm, schauen wir mal, was da ist. Also, ich hoffe, wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Aber das soll uns ja nicht stören. Die Minenarbeiter bahnen sich ihren Weg nach unten durch den Fels. Und ahnen nichts von den Gruften dort. Wenn sie letztlich durchbrechen, werden sie hoffentlich klug genug sein, zu fliehen und die Tunnel hinter sich zum Einstürzen zu bringen. Das Gewölbe wurde mit Recht versiegelt. Das Ganze war ein ebenso unglückseliges Experiment wie das meine. Ihre Ahnen sind nicht von Leben erfüllt, sondern von derselben dunklen Energie, die durch die Glutsteinadern fließt. Das Verderbte herauszufiltern ist unmöglich. Die Unsterblichkeit ist für immer unserem Zugriff entlitten. Ich war ein Narr, etwas anderes anzunehmen. Okay, also es hört sich so ein bisschen an, als wenn hier irgendwas mit diesem Blutstein irgendwas ist. Was auch immer das noch sein soll, das weiß ich immer noch nicht. Nein, 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 nein. Oh. Äh, ja, ich habe den noch gar nicht dran. Sehe ich gerade. Ähm, sonst haben wir eine neue Waffe bekommen. Ups, das wollte ich jetzt auch nicht. Äh, die ist aber auch schlechter, okay. Ähm, was ist das? Taille, ne? Nee, Kopf. Kopf. Ring, achso. Das sind die Ringe. Moment, da kam einer. Da ist noch ein Heiltrank. Ja, ich habe jetzt aus Versehen das Portal aufgemacht, das wollte ich gar nicht. Lieder Rüstung, Lieder Gurt. Ne, das wollen wir auch nicht. Das lassen wir auch nicht. Ähm. Ja, okay, danke. Ich bräuchte meine Waffe, damit ich vielleicht ein bisschen mehr Schaden mache. Aber im Moment, also im Moment geht das noch. Es hält sich noch in Grenzen. Ja, ne, ist schon. Ist schon richtig, hier, gehen wir alle weg. Man kann auch ranflogen, wie man sieht. Oh, hier ganz viele Sachen. So, mal alles einsammeln. Eiltrank, Ring. Irgendwelche meiner Tränke. So. Ach, ne, ähm. Ach, da ist das ja. Ich will mal in den Ring gucken, gerade nur. Feuerresistenz. Und Schau, Feuerschaden. Ne, das ist, das ist, ne, das will ich alles nicht. Ich suche ein bisschen was, was Schaden macht. Muss ich dazu, muss ich auch immer sagen, hier. Ich, mir ist aber auch immer noch nicht wieder eingefallen, was ich mal sagen wollte. Vor ein paar Minuten da. Keine Ahnung. Ich hab gedacht, mir fällt das vielleicht nochmal mit ein. Wieder gut und irgendwas anderes. Das ist gar nichts, okay. Da geht's nicht weiter. Da ist auch nichts. Da sind auch noch Bogenschützen, hier. Das sind irgendwelche Zombies. Hier. Irgendwie. Ah, tranken wir immer noch mit. Ähm, auf den Kopf kriegen von mir. Wo geht's eigentlich dahin? Da ist ein Hebel. Aha. Dein Weg. Beziehungsweise geheimen Gang. Ja, das ist nicht. Äh. So, und das ist auch nur Schrott sonst. Oder haben wir wieder eine Waffe dabei? Äh, die macht noch weniger Schaden als meine. Okay. Hätte sein können, dass die vielleicht schon besser ist, aber... ...ist hier leider nicht. Somit müssen wir immer noch mit dem Kram rumrennen, was wir jetzt noch haben. Was ist denn? Ach, die Sau, das geblockt. Ach, die Sau, das geblockt. Ach, die Sau, das geblockt. Ach, Mensch. Ich muss gleich mal was machen. Ähm, das kann ich glaube ich jetzt auch noch schnell machen, ne? Ach, Gott, was kommt da? Okay, da war... ...Handfeuerwaffe aus Starr, Mana-Trank, Mana-Trank und... ...wieder so eine Rissrolle. Alter. Alter. Mal auf die Glocken. Ich nehme den Heilsrand mit, die Brune machen wir noch kaputt. Und jetzt muss ich mal ganz kurz mal ins Inventar gehen. Und dann muss ich... ...an dem Fall lernen will ich das ja nicht. Ähm. Ach, so war das, genau. Okay, gut. Ich hab' das schon voll vergessen. Ah, da kommt einer raus. So. Und jetzt läuft mein Schwert hier rum und das nützelt alles hier. Ein Hebel. Ah, da oben geht die Treppe auf. Gut, 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 gut. Oder beziehungsweise den Weg lang. Okay. Also das Gold brauchen wir jetzt auf jeden Fall. Wir haben ja nichts mehr. Wir haben ja schon alles ausgegeben. Aber wenn man halt was nutzen muss oder will, muss man halt mal ein bisschen Gold investieren, ne. So. Oh, schau, da ist ein dicker Mob da. Ja, da ist mir aber gerade ein bisschen zu viel geblubber. Jetzt machen wir mal kurz das Schwert. Jetzt machen wir mal kurz das Schwert. Und das haut ja ganz gut und ich bin das weg. Ja, ich stehle. Im Gift rum. So. Ähm. Mein Inventar ist schon einmal voll. Deswegen geb' ich schon mal wieder was meinem Hund. Kann ich mir mal ein bisschen was einsammeln. Ich sammle mir gerade, glaub ich, alles ein, wenn ich hier mal ein bisschen Sicht kriege auf alles. So. Die sind alle tot. Jawohl. Ähm. Da hinten ist irgendwie ein Hebel. Aha, okay. Ich weiß nicht. Keine Ahnung, was der gemacht hat. Ähm. Jetzt schmeißen wir natürlich gleich wieder grauen E-Tips raus. Ich hab da so ein paar Handschuhe, die ich noch gerade... Ach, Mensch. Verdammt. Obwohl doch, es ist ganz gut. Sogar, dann können wir gleich mal ganz kurz zurück zur Stadt gehen. Und so ein paar Sachen verkaufen. Jaja, ich weiß. So, das kann weg. Das, das. Ähm, das weiß ich noch nicht. Ja, das kann auch weg. Das kann eigentlich alles weg. Jetzt kann ich mal gucken, ob ich hier irgendwie... Also, ich muss hier irgendwie mal... Wie frühstet seid ihr. Platz im Inventar gehen. Das ist echt schlimm. Glück ist auf ihrer Seite. Jaja, ich... Ich weiß, dass das Glück mir hold ist. Das Glück ist Ihnen hold. Das musst du mir nicht ständig sagen. Achso, erhebt die Verteidigung. Genau. Ähm, das hält aber bestimmt nicht ewig an. So, dann gehen wir wieder zurück. Guck mal, was der so hat hier noch vorher. Ähm. Körperlichen Schaden, das kann ich nicht tragen, weil ich nicht Stufe 14 bin. Oh, der Herr Rüstung hat er ja auch. Jede Menge, wa? Egal. Habe ich jetzt... Guck ich später mal. Ich weiß, ich gucke immer später. Aber ich muss auch später gucken. Ähm. So. Dann gucken wir mal, was hier... Was so kommt. Wie man sieht, kommen hier immer sehr viele Gäste. Au, 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 au. So. Aber die Kindheit ist ganz schnell tot jetzt mittlerweile. Das ist schon ganz gut. So.